Pisa Pisa Sam Draco, Draco, Draco Wir haben ihn gefunden Den Ghostwriter nach sieben Jahren Wir sind sieben Jahre durch dieses Level gelaufen Haben jeden Zentimeter erkundet Jede Luftblase gezählt, mehrfach Wir haben uns jeden Mittwoch für sieben Jahre getroffen Ja genau Jeden Mittwoch dann sieben Stunden Und jetzt haben wir ihn gefunden Jetzt haben wir ihn Also es ist unironisch sieben Jahre her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben Ja echt heftig Für euch wird das keinen Unterschied machen, aber Ja, wir haben uns mal wieder getroffen Klappt ja nicht so oft, ne? Man ist sehr erwachsen Und hat Dinge zu tun Aber hier unten ist er Genau Kann ich den einfach einsammeln? Ich denke Der wird dich wohl nicht angreifen Junge Ja Wir verarschen mich schon bisschen, ne? Du musst Ja Erstmal Luft holen Ja Ne, es funktioniert nicht Das zieht ihr nach Ja, okay, ähm Kannst Wie schwimmt man schneller? Es ist auch wieder hoch und runter Das ist genau wie bei Mario Sunshine Wie schwimm ich nach vorne Wie schwimm ich nach vorne? Bei Banjo Tui konntest du mit A und B gleichzeitig schneller schwimmen, ne? Also macht er hier nicht Ja, geht er hoch bei mir Erstmal hole ich Luft Oh, ich krieg keine Luft Kannst du ZA Kannst du ZA? Oh ja Dass du so vielleicht rein kommst Das ist schwer, ne? Deswegen haben wir den nicht geholt Die haben wir den eigentlich nicht bekommen Ja Er lacht mich aus Ja Oh, da, so, ja Springen und dann den Jetzt Jawoll Geht doch Okay, wir haben gerade eine Achievement bekommen Collect every ghostwriter in the grand tower Ach, was? Wann was man tun? Keine Ahnung Okay Werde Damit ist dieses Level Spielstand anschauen Wo siehst du das? Da Fertig Ne, da fehlen Energie Das ist die Overworld Oh Gott, ich hab schon gedacht Das ist die Overworld, ne? Das erste Level haben wir durch Komplett Das zweite Level Komplett Das dritte Level Komplett Casino Komplett Komplett Fuuuusion Auch Galaxie ist und Spielstimme Hier fehlen Ivory Towers, ne? Fehlen die Dinger noch Ja, welches Level Ach so, das ist die Overworld, ne? Oh, das dritte haben wir gerade Ja, dann Ivory Towers, das ist die Overworld Da fehlen uns sechs Pages und irgendwie leben und energie es gibt keine jüngers da ich meine große muss ich jetzt hier rauslaufen das ist wahrscheinlich hab holten ja da das meine war darf ich jetzt rum ich weiß auch gar nicht wo wir hin müssen uns fehlen sechs das ist ganz schön viel wir könnten vielleicht mal von anfang an alles durchlaufen jetzt haben wir jeden move im spiel oder glaube ich hier geht es zur galaxie einfach so ja ja dann sei halt so möchtest du noch mehr davon ich habe noch ich kann uns das gleich ein energy holen oder vielleicht ein bierchen oder eine limo ja ja jetzt ja ja eigentlich überall hier mit dem stimmt die kamera dreht sich immer so ein bisschen eklig wieder zurück ja das finde ich irgendwie konnte man sich auch tarn ich bin hier an diesen blasern und so vorbei in diesen kameras glaube ich problem da an dem wir ja wie ging das das weiß ich nicht mehr ja aber wir müssen das herausfinden ich glaube es war vorher wieder mit z wie war es lr so ja 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 wir einfach durch die unsichtbar dass du da hinten ist das sogar der boss raum die frage ist gehen wir jetzt hin oder suchen weiter in der overworld wir wollen schon 100 prozent ich will auch noch prozent machen auf jeden fall aber die frage ist vielleicht kommen die sechs pages ja auch erst in seinem bereich das ist er jetzt böse hier ist casino war einfach mal wenn ich weiß auch nicht wie man schnell runter fällt jetzt außer stampfen ja aber von der höhe verdienen ich glaube die kugel sieht super auffällig aus welche kugeln da oben drauf soll ich mich daran weiß ich nicht mach sie kaputt die schiebst du darüber zum eingang da war so ein rohr was nach oben saug ich glaube ich schieb die mal raus da genau da hoch geht das irgendwie kannst du den einstampfen vielleicht also die die dinger ja oder ist das was anderes sowohl schiebst du diese kugel jetzt keine ahnung schiebst du raus kein problem wie er hat es geschafft ich glaube nicht oder weil sie genau auf den knopf das wäre jetzt schon passiert da geht es zum ende dann auch so ja das sechs stück und dann ja auch noch dieses leben ding und energie warum kostet das wenig energie oder ist was hinter der wand da ist was das ist aber kann ich nicht hin ja gut haben wir das nicht nur vor keine ahnung ich konzentriere mich aufs spiel dann müsstest du das vorlesen ja ok also ich kann da nicht noch nach unten gucken also nicht multitasking absolut unmöglich ne das geht einfach nicht neue hütte das sind sechs buttons war anscheinend richtige los das war wohl falsch können wir es jetzt wieder anfangen ja das haben wir anscheinend schon gemacht auch wieso ach so ist da auch ich erinnere mich gar nicht ich auch nicht vor allem woher weiß man welcher richtig ist jetzt ohne flachs das war doch nicht in unserer aufnahme drin oder ach so du kannst sie anlecken glaube ich und dann zieh mal der letzte scherge den ihr erledigt habt war der angestellte des monats februar es ist sogar gerade februar er ist tief gefallen stimmt es ist nicht glaubst du das ist immer der monat in dem du spielst alter das west das war machst du das jetzt raus geschoben warum ist jetzt raus aus dem raum weil wir die kiste offen haben wie wir haben die kiste ich kann mich null daran erinnern wie du weißt nicht was vor sieben jahren die tür ist auch offen ich glaube du gehst gerade rückwärts kann das sein das ist ja relativ wurscht wo ich lang gehe das stimmt muss ja irgendwie mal gucken ob ich hier irgendwo was finde da im wasser unten kann ich da rein nein hast du mir gedacht kannst du nicht ja wo fängt man an am anfang immer in diesen random raum rein ja mach ich das ja ok du weißt ja du weißt schon was du tust die overworld ist ja dein paar aus irgendwelchen gründen da waren wir noch nicht so wie es aussieht aha eine rennstrecke ja mit zeit der gute und du kannst es auch einfach versuchen du gehst raus weil du es auch beim ersten versuch auf jeden fall schaffen ja natürlich da geht jetzt rein und das ist jetzt auf gar keinen fall irgendwie ein schnitt drin aber vielleicht schaffst du es ja wirklich beim ersten was okay sicher verstehe geht dadurch gehe auf ihn zu das war schon ziemlich insane jobi ist klar springen kann ich nicht du musst links rechts links rechts links links und dann doch rechts es fehlt eine sekunde eine sekunde giờ ja kein first ich hab noch gar nicht auf meine zeit geachtet bin ich ehrlich wenn ich mich habe heftig wenig zeit ge Champ句 Da hast du dir gemerkt, dass rechts sicher ist, oder? Ne, hab ich nicht. Der ist fies, ey. Ach, schlecht. Da machst du einen Hitboost, das geht schon. Damageboost. Das ist auch, da muss man Damageboosten. Da auch. Jetzt geh gerade durch, Jack. Oh Gott, ey. Okay, da muss ich gut aus. Nein. Oh Gott. Ja, jetzt kannst du gleich rumlaufen, würde ich sagen. Ich habe eins gefunden. Ja, von mir aus machen wir das so. Ist ja die Oberwelt. Ja, okay. Also dann suche ich jetzt den nächsten und wenn ich einen habe, bist du wieder dran. Wer merkt sich, wo wir waren? Wir waren irgendwo zwischen Welt 5 und 4 oder so. Galaxy war da in der Nähe und Casino. Oh, da, ich hab schon eins. Alter, wie das aussieht, ey. Wer ist da unten? Junge, was lebt denn für ein Leben, ey. Captain DeVe hat mich hier eingesperrt und gelacht, während er mir Isils Ohren in die Ecken geklickt hat. Junge, der fliegt da sein Leben lang in dem Luftkanal. Hilfe. Ich weiß nicht genau, wie ich das schaffen soll. Ja. Hast du eine Idee? Wir haben ja eigentlich alle Moves, ne? Achso, warte, müssen wir nicht, wir haben doch, wir können schwer mit Heil werden, ne? Wir können uns schwer machen, ja. Flieg hier durch die Gegend, kannst ja, kannst ja fliegen. Du hast keine Energie mehr. Weil dieses Unsichtbar machen zieht... Das zieht so viel, vergleich das mal mit dem Fliegen, bitte. Okay, wo war das denn? Das ist die Frage, ne? Das fragt man sich dann immer, ne? Woran haltet ihr Leben? Achso, äh, ja, mhm, ja, genau, ja, sind eins zu lösen. Niemand scheint es mit einer nackten Echse und seiner Fledermaus Freundin aufnehmen zu wollen. Da geht's zur Welt 2. Ja, du musst halt irgendwie so eine Eier finden, ne? Aber da geht's zum Endpost? Ich würd' sagen, ja, läuft mir mal lieber nicht lang. Wie rollt man denn nochmal? Wenn du läufst, äh, eher den R2 oder so. Ich sehe hier leider das hier. Ja. Das ist, glaub ich, nur ein Alien-Effekt. Ja, schau. Hier muss man ja durchfliegen, oder was? Was ist das sonst mal? Schluck dich mit, oder nicht? Also, Reptil zu tun. Große Zähne, Kristall besessen, es hielt nicht lange durch. Was soll ich hier? Klick nur um. Ja, dann, so irgendwas. Kannst du da rein in das Kuh? Ich glaub, da hier soll man hochfliegen und dann zwischenzeitlich stoppen, damit du Energie sammeln kannst. Ach, hier sind wir wieder. Haben wir nicht hier gerade angefangen? Hier bin ich schon mal rumgeeiert, ja. Oh, du musst halt nicht mehr so parkouren, oder was? Ah, die Luft. Du kannst die Luft nicht einatmen. Da verlierst du Leben. Da kannst du nicht durch. Da kannst du nicht durch. Enddurch. Wir sind am Ende des Spiels in zwei Bereiche, wo wir nicht weiterkommen. Der letzte Scherkel, den ihr erledigt habt, war der Eingestellte des Monatsheben. Und dann seid ihr schon mal wieder gepfissed ab. Oder müssen wir irgendwie Tonicum-Scheiße... Ja, kann auch sein, ne? Da fehlen auch noch einige. Aber was musst du halt machen? Erhalte einen mächtigeren Kumpelkracher. Die Energieleiste füllt sich schneller. Sammle Federn mit Jokas Echsenpeitsche. Spüre, wenn selben Objekte in der Nähe sind. Jokas Unsichtbarkeitstrick wehrt länger. Schließe die Geschichte von Jokas Echsenpeitsche. Um das Tonicum zu bekommen. Retro. Anfeitschieß. Athlet. Schmetter 3. Geladen. Halte unter Wasser einen Atemlänger an. Kein Schaden. Rollenverbrauch. Jäger brauchen wir nicht, oder? Das ist unser Controller. Rumbled halt nicht. Alter, wie cool. Junge, wie cool. Alter, die ganze Grafik geändert, Mann. Das sieht schrecklich aus. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Weißt du, wie verdammt viel Arbeit das ist, so einen Game Mode noch reinzupacken? Echt? Ja, weil selbst, guck mal, das Model von ihm. Ja, stimmt. Das ist ein 4N64-Model. Von allen Charakteren. Oder, nee, das muss ein Shader sein. Das ist ja mega heftig, Mann. Ja, was nehmen wir denn hier? Keine Ahnung. Länger unsichtbar sein. Das geht super schnell weg. Was ist Kugler denn? Länger rollen. Ach, das verbraucht weniger. Das verbraucht eh schon voll wenig, ne? Weil dann kannst du gegen den Wind die ganze Zeit anrollen. Ja, und dann kommst du da hin. Das ist ja auch mega weit weg gewesen. Vielleicht müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass er zu uns kommt, weißt du? Ja, hier waren wir doch gerade eben auch. Wie ist das alles verwirrend? Warst du nicht eben hier ungeeinert? Hier ist hier eine andere Welt. Ist das die Unterwasserwelt, oder was? Ich weiß es noch nicht. Ja, gut. Ja. Ja, da bin ich reingegangen, genau. Aber ich kam, glaube ich, von der anderen Seite. Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Ich muss kein Schweres. Boah, ey. Okay, da Luft anhalten. Wie? Da kannst du nicht durch. Können wir uns verwandeln? Ne, ne? Ja, doch. Du kannst dich aber in den Level nur, ne? Da gibt es so mal diesen Doktor Aquarius, oder wie heißt der? Aber kann man doch das Level damit verlassen? Nein. Das ging nur bei anderen Spielen. Ja, bei anderen Spielen. Ja, dafür ist das da, dass du hier stehen bleibst, einen nimmst, und dann weiter gehst du. Die Steuerung ist furchtbar in der Luft, ne? Die Kamera kann es auch ganz schlecht bewegen. Ja, die zieht immer wieder nach vorne, ne? Ey, 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 ey. Guck mal. Das geht erst an, wenn ich da hingehe. Mach dich mal unnissbar. Nee, trotzdem geht die was an. Jetzt wird diese Page... Guck mal, wie weit das hinten ist, ey. Ja, da muss ich... irgendwas... Mach die Rolle. Ich roll einfach die ganze Zeit gegen jemand an. Feuer! Kannst du voll vergessen. Da oben ist aber so ein Knopf, ne? Siehst du den? Vielleicht kann man das irgendwo abschalten oder so? Ja, mit Sicherheit. Aber bis dahin kommst du auf keinen Fall. Ne. Ich hab alle die Tricks benutzt. Da geht's zum Entwurs. Ja. Ja. Da oben warst du gerade, ne? Es war das... Ja, genau. Hör, darf ich nicht? Hm. Hm. Da muss da irgendwo so eine olle Blume in der Nähe sein, wo du dich halt so mit Steintüben verwandelst, oder wie das ist. Hätte ich jetzt auch erwartet. Guck, die hält noch mal ein bisschen rum. Guck, die hält noch mal ein bisschen rum. Da kommst du gerade raus. Was war hier die Verwandlung? Was war hier die Verwandlung? Ja. Jetzt hat er das wieder mit den Fledern ausbauen. Ja. Ja. Ich... Weiß nicht, ob wir vielleicht raus können mit der Verwandlung. Ähm... Versuch. Das haben wir noch nie probiert, oder? Versuch. Wo war hier... Galion, Galaxie. Keine Ahnung, wo hier die Verwandlung war. Fliegt durch die Meer. Und los geht's. Ich meine, das war dein Level. Ja, ist ja egal. Egal. Wird man hier vielleicht zu einem Schiff... Ja, hier wird man zu einem Schiff. Das wird nicht wirklich helfen. Da. Da unten war... Hier. Warte. Lande, lande, lande. Lande einfach. Da. Seid ihr bereit zur Transformation? Jo. Safe. Boot. Verlasse Regal als Boot. Du kannst eh nicht aus dem Wasser. Ja, das wird nicht helfen. Was soll ich mit dem Boot in diesem Kanal? Den Ventilator abschießen. Mit deinen Kanonen. Tja. Ist das schon größer als Maroni, oder? Ja, klar. Das hätten wir ja nicht... Wir würden uns ja nicht nur noch die Pages in der Oberwelt fehlen. Ich weiß auch nicht wie das ging. Keine Ahnung. Ja... Sonst guckt hinter dem Geborgen von ihm vielleicht... Die kann sie glaube ich nicht töten, die Ding, ne? Ich glaube nicht. Das hier führt direkt zu ihm, oder was? Oh was ist das? Der Seiteneingang für ihn, ey. Oh, was ist das? Na gut, dann gehen wir zurück. Zur Snee-Welt. Vielleicht ist hier jetzt so eine Steinblume, dann gehst du durch die Tür und lachst da hinten an und dann holst du das Pätschee da auch. Zwischen Ladebildschirmen auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja. So. Ich glaube, den kannst du nicht tönen. Der lacht dich die ganze Zeit aus. Hör auf zu lachen. Hä? Hör hoch. Flieg einfach da hoch, Alter. Du kannst überall hochfliegen. Flieg ganz einfach da hoch. Das geht nicht. Du bist immer wieder runterrutscht. Okay, wir fliegen. Was ist das hier? Alter, die Kamera, ey. Da war bestimmt ein Page-U. Sicherheit. Du konntest es erst erreichen, indem du fliegst. Hey. What? Dad. Ja. Wilt die Kamera. usedENN heard darunter.